Schüler des sechsten Jahrgangs der IGS Friesland in Schortens haben ihre Lieblingsbücher mit Figuren, Gegenständen und viel Kreativität in Schuhkartons in Szene gesetzt und auf diese Weise eine Art visuelle Inhaltsangabe verfasst. 22 der insgesamt 180 im Deutschunterricht entstandenen Lesekisten haben Schüler mit Lehrerin Birgit Dirks am Freitag in der Bücherstube am Rathaus vorgestellt. Dort dienen die Bücherkisten, die natürlich die Lust am Lesen fördern sollen, in den nächsten Tagen als Schaufensterdekoration. Untertitelung des ZDF, 2020